Heute im Can Gourmet präsentiert euch Sandra unsere Essige. Wir möchten euch kurz vor dem Sommer noch mal unsere Essige oder unsere kleine Essigwelt ein bisschen erklären. Wir haben zwei ganz neue Essige. Einmal ein Deluxe Blanco, also Bianco, einen weißen und einen Deluxe Vinagre Negro, einen schwarzen. Man braucht ja immer in der Küche zwei. Einmal einen weißen für einen schönen Kartoffelsalat mit Ei, für saure Gurken, für ein Linsengericht super gut. Und einmal einen dunklen, eigentlich für alle Art Salate, Carpaccio, Tomate, Mozzarella, alles mögliche, wo man zu Lust hat. Und die zwei haben wir in der 0,5 Flasche und in der 0,2. Könnt ihr auch im Online-Shop sehen. Die beiden sind hervorragend mit guter Qualität, sind leicht süßlich, haben aber eine gute Säure. Ich probiere euch den auch mal. Die sind nämlich ganz, ganz, ganz tasty. Und man braucht auch zwei einfach mal neutrale Essige, dass man einfach mal sagt, einen weißen, schönen, guten, ohne irgendwie eine Frucht als Zutat, sondern wirklich nur einen naturellen, weißen. Die hat eine richtig schöne Säure, sehr, sehr, sehr angenehm. Die Süße kommt hinterher. Könnte man auch trinken. Ja, aber fein, wie gesagt, für alle Art Salat mit Kartoffeln. Dann haben wir noch den dunklen. Das ist immer so unsere Testflasche, die kleinen, die 0,2er. Ein dunkler ist immer wunderbar, wie gesagt, auch alle Art Salate. Patrick und ich, wir lieben das einfach auch. Carpaccio und Mozzarella. Einmal. Der ist mega. Der hat irgendwie was Karamelliges auch im Abgang. Ganz, ganz, ganz toll, die beiden. Wollten wir euch auch einfach mal vorstellen. Die kleinen, 0,2er Flaschen. Und dann haben wir natürlich auch die großen, die wir am Anfang schon gesehen haben, 0,5er Flaschen. Und dann haben wir vor Ort geschlüsselt. Wir holen momento. Amen.